Läufex mit dem Lehrer, lerne Hau zu sein Bananenbosch. Was geht dir damit? Ganz genau. Man will Bananen schält auch nicht, dass die Weiß-Vierden die Pesche bleiben, weil die Schmache immer... Ah, Bata, Bata, ne? Genau, das will ein bisschen evitieren. Und sie gewinnt, sie hohe abzumachen in diesem Stil, aber das soll ich gerade nicht machen. Ähm, und Affen machen sie nämlich hohe ab, auf der anderen Seite, und so vermeiden dann noch, dass die Weiß-Vierden die Pesche bleiben. Siehst du auch von mir? Ich glaube auch von mir. Ja, das sehen wir alle, ob sie schön hat, mal gut packen. Also, einmal mal hier. Ah, super. Und Affen gibt kein Weiß-Vierden. Ah, hau, das passt hier noch schön. Anzeigen, was braucht's? Kein Vierden ob der Bananen. Tipptopp.